das ist der sauerstufe unser so ein bisschen was gebastelt so ja dann werde ich jetzt mal runter kommen vor allem sag ich manchmal nicht aus dezent oder da bin ich mir nicht um überlegen ob ich die einfach lasst wegen allein wegen der rohrleitung was die rohrleitung ist also ich meine ich aber wie weit kann man weg fliehen und ich stehe am notaufgang der party ich muss erst mal wieder hochlaufen und dann kriegst du dann weiß noch rum kriegst du die weiße umwandlung noch rum mit sicherheit wenn du das set rum ziehst und dahinten bookgestein hat man einfach überlegt dass wir es heute auch schon nutzen können den eingang ausgang ja und dezente beleuchtung weil sache ist licht auslässt vielleicht auch schon wieder nach hinten ja so ganz nett hier ja gut so vielleicht was denn ich überlege gerade was aber du bist noch nicht fertig oder ich hätte jetzt erst mal so gelassen weil ich meine nur die becken hier so ich bin mir nicht sicher ob ich hier noch groß was machen würde weil da vorne ist ja meistens beschuss weißt du wenn ich da irgendwie noch was dran sein könnte zaubert werden brauchen auf jeden fall mal sensoren ja ja das die habe ich jetzt erstmal nur schnell gemacht so jetzt nehme ich mir mal sachlich treppe vor warum machst du das unten nicht fertig ich gucke jetzt mal wieder sachlich treppe ist das meinte ich damit vor allem weil ich hier oben noch nicht wirklich war party ich habe nur verkleidet hat das restliche party gemacht also ich hab das eh schon das war jetzt nicht so gut ganz irgendwie sein party das so ein bisschen von mir inspiriert wurde es von unten die seiten verkleidung habe ich nicht ich habe ich gemacht wurde es zu von mir inspiriert oder wie hatte man es oben ja ja weil das kommt der heim und gleich relativ gleich was ja es wird mal ab das mit dem tor habe schon mal gesehen das habe ich gebaut sehr nett jetzt auch ausmachen oder anmachen ich gebe mich das habe ich das neue lander pet party ja das ist klar mein Gott das ist das und das ist das und das ist das und das ist das du hast du hier es war mein Gott es war So, dann gucke ich mal unten, was ich noch machen kann. Aber wie gesagt, bei Richtung Fenster würde ich nicht viel platzieren. Das sind ja extra Doppelfenster und schwere Blöcke. Muss ich wirklich seine Sache wirklich tun? Ja, ist zur Absicht. Was ist denn möglich? Mann, er ist raus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. No ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein! Das wollte ich nicht. Nein, nicht in Produktion. Ei ei ei. Ich habe keine Ausflung. Ich habe eine Ausflung. Die Ausflung. Ich habe die Ausflung. Ich habe die Ausflung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, die sind leider an. Okay, die Bühnen sind schon mal geparkt, das ist sehr gut. Der Slayer kommt ganz nah und zwar schnell. Hangar zumachen. Ganz wichtig. Ja, der schießt schon auf uns. Ich verpasse wieder das Beste. Ja, der kommt eh von der Seite, wo nichts passieren kann. Ja, aber irgendwas kriegt Schaden. Soll der mal hier rüberfliegen damit da? Der kommt ja zu Bonnberg. Ja, ich seh's. Ja, genau. Hat er oben was vertappert? Hat er auf mich geschossen, ja. Da wurde ein Schuss abgeguckt. Und going down. Boah, aber so harscharf. Oh, ich hab irgendwas verpasst, Anshand. Ja, da war ein Reaver. Und der ist gerade hart scharf am Solarpanel vorbeigesegelt. Aber warum hören deine Dingsgeschütze nicht auf zu feuern? Die zerlegen ja das ganze Grid. Auf was stehen die bitte? Ja, weiß ich nicht. Sachi hat die eingestellt. Sachi? Ich geh grad schon, warte. Weil hier ist jetzt gar nichts mehr übrig. Den Tank haben sie auch sauber zurück gehabt. Ja, oben das Podest haben sie beschossen. Also den Gehweg, der oben am anderen geht. Aber hier ist wirklich nichts mehr über, was wir auch gebrauchen könnten. Die standen halt auf Standard. Nee, das ist nicht gut. Dann am besten nur Waffen und Energie, oder? Ja, Waffen reicht glaube ich aus. Ich hab also die Gatling sind eigentlich alle auf Waffen gestellt. Ja, Problem bei den Reavern könnte nur sein, dass hier vielleicht auch mal Sprengsätze tragen. Ja gut, aber Sprengsätze würde erst mal für den Glowatt. Das würde ja passen. Ja, das ist nicht so gut. Ich sehe nur, dass hier grad was raucht. Ich hab nur gesehen, dass was gestorben ist. Ja, das wäre jetzt nur interessant, ähm... Hä? Haben die Kleinen nichts gemacht? Was? Die Kleinen. Die Maschinen für nur einen Türme. Die unten haben nix gemacht. Nee. Also die hier... Nee, die haben nix gemacht. Mann, warum... Was? Äh... Mich rabbert's da richtig weg, warum auch immer. So... Hat jemand eigentlich ein gutes TV-Programm? Was? Im Schlafzimmer steht jetzt auch auf dem Fernsehtisch. Und ein kleiner Kommandos jetzt zum Besprechen. Okay. Naja. Das ist wichtig sehr... Wichtig sehr da. So... Jetzt... Ich werde mich nochmal... Rappen? Wie hab ich denn das hier drüben gemacht? Achso, nur mit Gelände. Okay. Was kann ich platziert werden? Herstellungskomponenten. Hm. Jetzt kümmern wir uns mal um die Schleuse. Ich hab's noch mal auf die Schleuse. Schaut sicher nicht. Oh... Ich bin sauber wein. Oh... Ich bin sauber wein. Ich bin sauber wein. Und... Oben... Brauchen wir noch. Boah, das... Haben die echt komplett weggeschreddert oder was? Okay. So... Das haben beide nicht geschossen oder? Nö. Beide Türme unten haben gar nix gemacht. Ich versteh aber nicht warum. Sie haben nicht mal anvisiert oder? Nö. Das... Kann ich überhaupt nicht sagen. Also das hab ich leider auch nicht gesehen. Sie haben aber auf jeden Fall nicht geschossen. Und ich glaube auch nicht massig bewegt. Ja gut. Der eine Rote war kaputt. Hab ich gerade gesehen. Äh... So. Dann muss ich das hier so machen. Und hier... bitte... ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sollte Jetzt müsste es so wirken. What? Oh, das ist nicht euer Ernst, oder? Was denn? Ja, jetzt... Wenn ihr hochkommt, seht ihr es. Die Frage ist, will man das sehen? Ich komme gleich und guck. Das ist unschön. Oh, das werde ich sicher nicht jetzt reparieren. Das interessiert mich nicht. Oh, was hast du denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Der Reaver hat Sachen gemacht. Oh! Ja. Oh! 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 Ich habe nichts gesehen. Ich bin... ... mit Mechung kaputt. Gut, ich meine, das lässt sich mit einem Projektor... ...machen. ... mit einem Projektor. Ich bin der Terminal und sage, wie ich das mache. Ich bin der Terminal und sage, wie ich das mache. Ich bin der Terminal und sage, wie ich das mache. Ich bin der Terminal und sage, wie ich denn um mit einem klassischen Geräusche mache in einem Film. Vielen Dank.